Videobearbeitung machen. So wie wir hier sehen, das ist die erste Melone in Deutschland. Die wird jetzt geschnitten und dann gucken wir mal, ob die rot ist. So, zack. So, kommen sie mal mit. So. Die erste Melone. Wassermelone. So. Und Leute, lasst euch überraschen, die ist rot. Die ist kein Gurke. Und die knack richtig durch. Guck dir das an. Der passt beiseite. Die sieht gut aus. So, ich probier. Hoffentlich stirbt der. Die sind aber viele andere. Mh, macht ihr leck. Leute, das habt ihr noch nicht gesehen hier. Also Griechenland ist ja nix. Das ist echt gut. Griechenland ist echt ja nix hier. Eine Pflanze, eine Melone. Schade. So, das war echt lecker. Ich würde sagen, der Kameramann muss auch was essen. So, machen wir jetzt auch.